Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Jakuza 5, das Remastered mit mir den Pirates. Wir machen weiter, schön, dass ihr wieder am Start seid und wir machen ja weiter. Jakuza, Suzuki-san, äh, der Taxi und so, wir haben, ah, Stationfall-san, genau. Warte mal, äh, Custom-Mission. Kann ich ein bisschen was tunen? Oh ja, kann ich. Oh, da brauchen wir auch nicht Punkte. Wir müssen tunen, Leute, wir brauchen mehr. Gut, dann machen wir das mal drauf, ja, genau. Genau, wir müssen noch ein paar Punkte haben. Ah ne, jetzt wird 500, ich Idiot, oder so. Upsi. Genau, dann machen wir noch ein paar Missionen. Wir haben, äh, noch 19 Stück von, also wir müssen hier noch ordentlich fahren. Taxi-Mission. Oh, mit, mit dem Kind. Ah, mit dem Kind, okay. Ja, es ist witzig, dass man die Erfahrung, wie wenig Erfahrungspunkte man dafür kriegt, aber gut, okay. Ah, tut mir, dass wir warten mussten. Ja, da kann ich mich mitnehmen. Los, ich kann mich mitnehmen, gerne. Das zu dem Antworten, übrigens, ich guck da, ich muss da vielleicht mal mehr drauf achten, ne. Das guck ich irgendwie nicht. Hier hat auch das 3, das 3, das ganz rechts, ich hab das auch nicht gesehen, weil, während du Auto fährst, muss ich, äh, achte ich mir auf die Straße, also auf die Unterstühle. Und deswegen, äh, ah, Alter, das ist natürlich, kann man jetzt gerade reden. Ja, mach die Kamera mal richtig. Okay, wovon wir, ja, muss jetzt nicht. Jo, wie fährt der denn, Alter? Junge! Oh, den fährst du denn? Hm? Ah, nee, ah, nee, zwei. Ja, es ist zwei, es ist rechts, zwei ist total komisch. Na gut. Junge! Was kann ich denn dafür? Look, ja, das ging mein Auto gelaufen, dann war ich schon den vorbei, ich kann nicht mehr wenden können. Wow, Arschloch. Hier, ne. Hey, driver, ja. Warum fragst du mich das auch? Ach so, das ist rot. Ah, schade, hab ich den Passat dann gefahren. Ja, ganz ehrlich, wir läufst noch so über die Straße, ich fahr ja schon links drüber. Ich würd auch noch reagieren können. Ah, Autofahr, macht so viel Spaß, wenn man an der Ampel stehen muss und warten muss. Fahr zu, mach zu. Danke. Ah, du wartest jetzt so, Arschloch. Na gut. Ah, das ist nicht so geil gewesen. Egal. Kompliziert. Was? Level up. Oh, und ich habe Punkte bekommen. Bonus sogar. Bonus, aber obwohl ich mit einem angefahren habe. Naja, okay. Gut. Ja, das war auch nicht mal das V-Scheiße eben. Na egal. Ja, wir haben es genossen. Ja, bin ja auch sicherer Autofahrer, ne. Ja, bin ja, hey, die First, ja, Leute, ganz wichtig. Ich als sicherer Autofahrer muss natürlich ja, ne, meinen Kunden 4000 Punkte. Oder noch? Ah, ne, nichts weiter. 100 B. Ah, das ist Customisen. Ah, okay. Das ist nur Customisen, das ist, ne, das soll jetzt Customisen, ach so. Ah, ne, die Customisen, ach ja, ist halt, na ja. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ob man da labert, merkt man, wenn Scheiße labert. Genau, schön, die Räderchen voll gemacht. Hübsch gemacht. Hier ist der Pfad. Ich fahre ja von der Toxie. Ja, ich bin von der. Ich warte mal, wenn wir warten müssen. Hey. Ja, dann laber ich nicht voll, dann kann ich mich auch beeilen. Hurry. Ach du Scheiße, wie schnell muss ich fahren? In drei Minuten. Aber wie, 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 wie weg denn? Wankt's das in drei Minuten? In drei? Ich muss aber schon noch auf die Ampeln achten, das ist ja schon klar, ne? Ich fahre Auto, kein Rallye. Oh Gott, okay, in drei, das schaffe ich. Was, Stopp-Schild? Man labert mich doch jetzt nicht mal da an, ernsthaft. Oh, ich hab mich falsch eingereiht, egal. Er ging auch nicht anders. Ja, komm. Ja, komm. Gut. Und mit was denn? Mit was? Obwohl es nämlich mal unterpasst. Ja, egal. Gut. Ja. Ernsthaft jetzt, fick dich. Alter, bist du mit Steuern oder was, Mensch? Stück Scheiße, ey. Alter. Also warum? Also weil der Signalstand, also Signal, ja. Pastor, Schläck. Dann, oder? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh Gott. Ja danke. Alter kriegst du ja wirklich Agro. Da kriegst du ja so hart Aggression. Bestimmt ich kann oder dabei soll ich sicher fahren. Ja, 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 klar. Oh, okay. Die muster Party. 3,30. Ich glaube, du musst du gar nicht fahren. Was? Ach so. Ich weiß nicht, ich komme typisch da nach. Ich glaube, ich habe hier schon wieder falsch gemacht. Ach, come on. Alter. Ohne Witz, ne? Ohne Witz. Das ist ja so angst zu haben, als Autofahrer. Alles. Ah, was du stopp? Ja, ich kann. Ja, ich kann. Ich kann. und ganz es denn und habe so doch schon was da nice Level Up. Nice. Ah, ja gut. Ja, schon. Kommen wir doch mal auf Level 5, dann können wir doch mal ein Rennen machen. Sind ja gleich Level 5, dann kann ich noch ein bisschen, können wir doch ein Rennchen fahren. Ah, früher, da wird er vorbei. Ich soll normal fahren, aber nicht bei allen, okay. Zahlen liegen, und wohin? Oh Gott, Zahlen liegen. Mach mal den Arsch auf den Haar. Ja, das ist halt so irre, das ist auch währenddessen das Leben, das ist important. Du kriegst Promises, genau. Das ist immer wichtig, egal. Immer zum Klavier. Glaub ich. Ja, ich lieg das auch nicht richtig, das ist das Problem. Dann krieg ich da auch die meisten Punkte weg, weil... Glaub ich. Oh, du musst dich, Alter. Soll ich fahren oder mit dir reden? Ganz ehrlich. Oh, jetzt haben wir den Teller. Oh, okay. Oh, okay. Da war dunkel-orank, das zählt. Ja. Oh, das ging doch richtig gut jetzt. Ja, jetzt hab ich das geschafft. Ja, dieses Reden, ich bin ja da schrecklich, ich will da ein bisschen mehr fahren, ja. So, sehr gut. Sehr schön. Das war sogar jetzt, glaub ich, die beste Fahrt. Ja, dann kommt man rein, da muss man reinkommen. Hier das Ganze umgucken. Die übt die Reflexe. Sehr schön. Gut, dann fahren wir nochmal Auto. Wie haben wir das eigentlich geschafft? Sechs haben wir schon. Okay. Hier sind wir bestimmt, äh... Sieht schon fast, ja. Sieht schon fast, ja. Wir suchen nach dem Zone, aber... Ich wollte jetzt nicht ändern, das... Ich wollte jetzt nicht ändern, das... Okay. 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 Oh, kein, kein, kein Rasen heute. agga... Ich muss nicht ne... aber das ist ein hakata ok Oh, wie zahmisch, ja. Oh, Gott. Hey, er called Street Racer, ja, aber als Street Racer, ach so, ja, das ist natürlich interessant. Aha, okay. Äh... Äh, also, ja, dein Sohn, ja, also Street Racer, das ist kein Job, äh, 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 oh, man, 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 es ist kein Job. Ich meine, man kann davon, vielleicht kann man davon leben, das kann sein, wenn man es gut macht, aber es ist kein Job. Bisschen illegal. Aber den Führerschnitt wollen. ja das ist aber ah ok hmm Bist du böse. Bist du böse. Hm? Hier ist dann die Mutter angeschissen wird. Ah du kommst zurück nach Hause. Ah junger Mann. Haha. Niemals. Nein. Ich bin jetzt ein Devil Killer. Über meinen toten Körper. Oder nur über meine Leiche. Geil. Kinder. Oh. Ja. Ja. Das ist mir phat robiert. A. An. 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 K. WS. Nein. WS. 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 Wenn du Auto fahren mag, ist Taxifahren das Richtige für dich. Na gut. Die Bader Speed Demon! Klar natürlich, du willst. Du willst ja auch hinaus. Ach komm. Ähm. Ähm. Hä? Alter, mein Tag sieht wirklich klar aus. Okay. Okay. Komm. Es müsste ja eigentlich locker reichen. Okay. Darf doch mal kurz ne? Alter. Okay. Das ist doch das, was ich doch viel viel besser kann. Als normal fahren. Aber mit R werde ich diesmal ein bisschen warten. Wie auf die letzte Runde. Hopp einmal, morgen ist viel viel schneller. Ja. Ja. Oh man. Hütte für nen Kick. Ah ja. Es ist ja immer. In dem Moment habe ich reingeballert. Okay. Ja. 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 Da ist jetzt wirklich was wir machen, aber dann gehen wir zum Beispiel. Ja. Ja, ja, ja. Ach ja? Denkst du das? Idiot. Nein. Boah. Ruf gelaufen. Wenn er nicht mal einen Taxifahrer besiegen kann. Der hat einen Tracker Street Racer, glaube ich. Level 6. Naja. Wie ist der? Okay. Oh, du kannst den Job immer noch haben. Oh, du kannst den Job immer noch. Oh, du kannst den Job immer noch einen vernünftigen Job machen. Oh, du kannst den Job immer noch einen vernünftigen Job machen. Oh, du kannst den Job immer noch einen vernünftigen Job machen. Wow. Wow. Hi. Okay. 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 Also ciao, bis zum nächsten Mal. It's done. Tschüssi.